Hi, ich bin Johannes von NewGadgets.de und habe hier eine NFC Demo von NXP, die ist hier in diesem Wired Magazin, das ist diese Lexus Werbung. Dort befindet sich ein NFC Sticker und dann braucht ihr nur ein Android Gerät mit NFC, wie beispielsweise hier das Sony Xperia S. Einfach drauflegen und schon aktiviert sich die Werbung und ihr seht hier gleich ein Video, das dann automatisch geladen wird. Natürlich muss das Smartphone dann nicht die ganze Zeit auf dem Magazin liegen, ihr könnt das dann einfach mit euch herumtragen. Es ist nur wichtig, das mal kurz draufzulegen, damit der NFC Chip erkannt wird. Leider ist es ja noch nicht möglich, hier NFC in die Seiten zu integrieren, zumindest hier in diesem Magazin nicht. Darum wurde hier auch einfach ein Sticker verwendet. Ihr seht auch, das Ganze läuft mit NFC Android Smartphones, also leider nicht mit einem 808 PureView beispielsweise, das ja auch NFC hat, aber leider sind wir in das Betriebssystem. Das war also die NFC Demo von NXP. 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 Vielen Dank.